Hallo, heute zeige ich euch wie ihr mit Thunderbird ein E-Mail-Konto errichten könnt. Dazu geht ihr einfach auf, also das erscheint dann, dann gebt ihr euren Namen ein. Ich mach jetzt mal irgendwas. Dann geht ihr auf E-Mail-Adresse und gebt eure E-Mail-Adresse ein. .de Anschließend euer Passwort. Klickt dann auf Weiter. Dann werden die Eichelungen überprüft. Und dann, nach einer Zeit, wird es als erfolgreich ausgewiesen. Tschüss.